Und Marianne Timmer, das ist die Sprint-Weltmeisterin des vergangenen Jahres, die eröffnet hier stark und schnell. Hat uns erzählt, sie hat schon alle Telefonkarten in Calgary aufgekauft, denn ihr Freund ist zurzeit im Trainingslager in Cadiz in Spanien, der ist der Torwart von AZ Altmar, spielt ja in der nächsten Runde in Köln gegen Alemannia Aachen, da werden wir Marianne Timmer dann sicher auf der Tribüne wieder sehen, aber jetzt ist sie in ihrem Element und Chiara Simeonato wird ein harter Brocken, denn die Italienerin hat sich unglaublich verbessert in den letzten eineinhalb Jahren, ganz auf Sprint konzentriert und versucht da jetzt Richtung Turin 2006 ein richtiges Zeichen zu setzen. Nicht der elegante Stil wie Marianne Timmer hinter ihr, aber sehr kraftvoll und vor allen Dingen stark verbessert in der Kurve. Da ist sie sehr dynamisch und sehr gut in der Position, trifft sich optimal, setzt sich klar durch und eine deutliche Bestzeit. Simeonato übernimmt die Führung, eins, fünfzehn, zwei, neun.